So, herzlich willkommen zur letzten Folge 4Under für heute. Ich habe den Ico gerade schon ein wenig versucht dahin zu bekommen, dass er Kenza ein bisschen besser versteht, weil das ist ja der Charakter, den ich vielleicht am besten verstehe. Er war nicht schlecht, er war echt ganz gut. Und deswegen hoffe ich mal, dass er jetzt bei diesem Spiel, diesem Match besser sein wird. Schau mal. Hm. Karten mal, das nehmen wir in den Verein, ne. Äh. Ah, ja, jetzt ist es zu spät. Die Scharbe. Und welchen sollte ich jetzt nehmen? Kenza. Kenza. Mal sehen, wie das hier so wird. Die Gegner haben die KI-Typen. Die Gegner kommt erst in einem Versus-Modus, kannst du die Rap-Zahl vom Gegner sehen. Ich habe gerade unsere angeschaut. 4,50, 7,60 und 53. Solides Mittelfeld. Naja, ne. Wir haben 13, 17, 4 und 25. Nur unnüures Mittelfeld. Wahrscheinlich eher höheres Beginnerfeld. Ja. Also, mehr Fainten, das verstehen die noch nicht so gut. Mach ich zwar auch nicht so häufig, aber... Die höheren Raps wahrscheinlich schon, oder? Ja, die höheren Raps verstehen das langsam. Aber die hier, Rap 54, die werden noch auf... Ja, könnte schon sein, dass die Fainten so langsam hinkriegen. Aber wenn du mal guckst, 11, 1 und 2, die haben noch nicht so häufig die Charaktere gespielt. Außer der... Der Konk. Ganz am Anfang. Bei Konkurren musst du viel mit Guard-Break üben, soweit ich mich erinnere. Also, mehr Guard-Breaks reinknallen, weil der häufig in diese komische State geht und wenn er diesen Wirbel-Attacke macht, wo du sein Teil nur noch im Kreis füchst, dann musst du weggehen. Oh Mann, ich muss ihn liegen. Oh Gott. Wahrscheinlich auch nicht, aber... Give it a try. Ich bin bei C, wie immer. Ja. Ja, 2 über C. Hey. Gleich auch der Konkurrer hier. Ah, kacke, ich war zu spät. 2 Leute. Ich hab 2 bei C, äh, 2 bei A. Na, 2 bei C. Und ihr seid zu dritt bei A, ne? Ja. Ja. Aber gleich nochmal. Hm. Ich versuch mal C zu holen. So, passen Sie zu dritt. So, passen Sie zu dritt nach. Sind beide bei B. Beide gehen. Ich komm jetzt beide zu A wahrscheinlich. Ich mach mal B. Ja, mach mal B. Ich versuch A ein bisschen stabiler zu halten. Soll ich hier bleiben oder hochkommen? Ähm, bleib mal da. Oh, Mist, die war zu langsam. Einer geht zu C. Die bleiben stehen. Ist das gut, dass sie da... Ich meine, die Verbindung wurde verloren. Hörst du mich noch? Ja. Aber du bist durch den Portos jetzt so ein Sack zu fährt. Ja, da bin ich rausgeflogen. Cool. Kannst du nachschauen oder macht die ganze Aufnahme dann keinen Sinn? Die ganze Aufnahme macht keinen Sinn. Weil ich bin rausgeflogen komplett. Ich müsste mich wieder neu einladen. Ich bände mal, wa?